Musik Hi, ich heiße Anna Gitlin. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren bei der Firma Elecon tätig. Ich liebe es einfach in einem internationalen Umfeld zu arbeiten, sowohl mit dem US-Team, wo ich Teil von bin, als auch mit dem deutschen Team. Und besonders schön ist es natürlich immer nach Deutschland zu kommen, nach Hamburg für die Team-Events jedes Jahr. Musik Hi, mein Name ist Bert Montoya. Ich bin der Customer Support Manager mit Elecon für die US-Team. Ich bin mit der Firma für drei Monate jetzt. Und ich freue mich wirklich hier arbeiten, weil ich mit den Kunden arbeite, um ihre technischen Probleme zu machen und zu lösen Probleme mit ihnen. Musik 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 Cześć, mam na imię Natalia Szaryńska, pracuję w Eleconie trzy miesiące. Dzisiaj jestem w Hamburgu na spotkaniu z naszym Teamem. Co najbardziej lubię w Eleconie, to, że każdy ma pomysł na to, w jaki sposób możemy tworzyć nowe rzeczy. I wydaje mi się, że to jest najlepsze. Musik KONIEC 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 Vielen Dank.